Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher mit unserem kleinen Turnier. So, als Ritter von Geralt von Viva gehen wir jetzt hier mal in den Turnierkampf hinein. Ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Spaß beiseite. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Haha! Ich werde reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn noch gesehen. Ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll. Als könnte ihn das stehlen. Ist denn das regelkonform? Wer will schon einem Nilfgaard dabei bringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt. Ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch jetzt beide warten. Spielen wir derweil eine Runde Gwind. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden. Mir macht die Sonne nichts. Zu einer Partie Gwind sag ich nie nein. Na gut. So. Aber ich werde diesmal nicht mit Skelliger antreten, sondern mit meinem Lieblings-Deck. Wunderbar. Einmal mit den Königreichen gegen Skoyatel. Mhm. Oh. Das sieht schlecht aus. Jawohl. Der muss auch raus. Ah, okay. So. Na gut. Dann wollen wir mal gucken, was die Skoyatel heute so drauf haben. Erstmal ziehen wir zwei Karten. Holt er noch mehr Truppen raus. Dann ziehe ich nochmal zwei Karten. Mein Gegner passt. So, okay. Jetzt ziehe ich nochmal zwei Karten. Uh. 22 müssen wir überbieten. Hm. Wir machen mal das am schlauesten. An und für sich. Machen wir einmal so. Und dann machen wir einmal. Ja, komm. Geralt. Und jetzt brauchen wir noch eine. So. So. Haben wir die Runde gewonnen. Ziehen nochmal eine Karte nach. Dann fangen wir erstmal an. Jetzt lassen wir den Gegner mal ein bisschen zappeln. Okay. Gut. Na, ist aber ein bisschen wenig. Sind aber auch Nahkämpfer. Na gut. Machen wir erstmal weiter. Mehr Druck. Okay. 15. Er muss nachziehen. Okay. Gut. In Ordnung. Mein nicht zu viel Druck. Aha. Nicht als Nahkämpfer eingesetzt. Ja. Horvath. Na gut. Nächsten. Sehr schön. Könnte ich jetzt mit dem Verbrennen treffen. Dann würden wir es auch mal machen. Das hat sich schon mal gelohnt. Strömender Regen. Oh nein. Der strömende Regen. Ja. Der ist nicht schön. Aber. Wir ziehen dir nochmal 10 Punkte ab. Das war mir klar. Na jetzt die Frage. Nehmen wir erstmal die Pinzernis. Und holen uns nochmal ein paar Punkte. Dann holt er sich den Nebel ran. Okay. Das war deine letzte Karte. Somit sage ich. Gutes Wetter für alle. Ah. Und jetzt muss mein Gegner passen. Na gut. Wir hätten jetzt hier nochmal wunderschön eine Wiederbelebung. Ja. Kann ich natürlich den Drachen wieder beschwören. Das ist ein und für sich wurscht. Weil das Horn packe ich hier hin. Das reicht schon aus. Würde ich sagen gewonnen. Gratulation. Wir tauschen wie vereinbart. Das war wirklich kurzweilig. Die Herrin Vivienne kommt sicher jeden Moment. Es ist Zeit. Ich muss zur ersten Herausforderung. viel Glück. Edle Ritter, ich begrüße euch. Dieses Jahr ist die Ehre und Pflicht, dem Turnier als Patronin vorzustehen, mir zugefallen. Möget ihr ehrenhaft kämpfen, auf das ich einem von euch den großen Preis des Turniers verleihen darf. Ihr habt eure Eide geleistet und Körper und Seele vorbereitet. Es ist an der Zeit, dass ihr euch bewährt. Na denn? Seht nur, Horm Ackerspark von den Mächtinern. Ui, wird das schwierig, die Reime zu wienern. Nun muss er treffen, die Ziele in blau, tunlichst rapide und auch sehr genau. Gegen ihn sehen wir ein neues Gesicht. Gerold von Riva, den kannte ich noch nicht. Nehme er getrost jene Ziele in rot aufs Korn und treffe recht viele. Möge der Beste gewinnen. Na denn? Die roten Ziele sind meine, die blauen sind seine. Und Geralt erfährt einen bitteren Spagat. Man kann's nicht erraten, das Endresultat. Geralt liegt vorne, die anderen zurück. Sehe ich das richtig? Welch seltsam Geschick. Okay. Geralt von Riva, er triumphiert. Während hingegen sein Gegner verliert. Naja, gegen eine Armbrust, ne? Oh. Geralt von Rivas Armbrust. Erzählst du mir, welche Preise es noch gibt? Leider kann ich dir nicht mehr Zeit widmen als den anderen Teilnehmern. Die Pflicht ruft. Vergib mir. Mein Hexer-Medaillon vibriert stark. Das kann nur eins bedeuten. Magie. Die Erklärung ist sicher eine Enttäuschung. Der Duft, den ich benutze, wird von einer Zauberin angemischt. Gegen jemanden wie dich zu verlieren, ist auch eine Art Sieg. Nimm auch meine Glückwünsche entgegen. Danke. Feiner Ritter. Gut gemacht. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, welches Zelt die Herrin Vivienne bewohnt. Vielleicht findest du da was Aufschlussreiches. Du hattest recht. Vivienne steht unter irgendeinem Fluch. Das habe ich gemerkt, als sie das Turnier eröffnet hat. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Ja, gehen wir. In Shepard der Rüstung. Das ist ihr Zelt. Geh rein und sieh dich drinnen um. Ich rufe wie eine Eule, wenn jemand kommt. Na gut, dann gucken wir mal. Klauenspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Oh, holde Vivienne. Ich hab so eine Vermutung. Ein Tiegel mit Tarnsalbe. Hier ist mächtige Magie am Werk. So rot wie Scharlach. Deine Brüste wie... Unbekannte... Gut, haben wir hier noch was drin? Klauenspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Okay. Pirolfeder. Hält Vivienne sich einen Vogel? Wenn ja, hier ist keine weitere Spur von ihm. Hm. Rucksee mögen Vögel. Ausgaben blend bis fehlen. 14 Ellen Stoff, 80 Kronen. Schuhe, Drachenhaut, 140 Kronen. Rennsattel, 280 Kronen. Zaubersalbe, 1400 Kronen. Gesamt. Mhm. Was haben wir denn da noch? Nezenersalz. Hm. Damit macht man Kompressen. Da kommt jemand. Rasch! Keine Eule. Du wolltest doch wie eine Eule rufen. Wir reden später. Jetzt müssen wir zurück zum Turnier. Zeit für den zweiten Wettkampf. Meine Herren, was sucht ihr im Zelt meiner Herrin? Inspiration? Hebt euch hinweg. Okay, geht zum Eingang des... Was habt ihr da drinnen getrieben? Turniersachen. Nichts Wichtiges. Turniersachen, ja. Ach ja, die Blüte der Ritterschaft. Stramme Burschen. Okay. Drachene Kröteneier. Drachenaugen am Spieß. Höret und seht, ihr hochstehenden Herrn, hier sind die Edelsten nah und auch fern, versammelt, um heuer einst zu tun, zu suchen und finden Ehre und Ruhm. Möge das Glück heute mit ihnen sein, während wir uns ihres Anblicks erfreuen. Palmarin, der Barron von Lohmphol, Linus von Mettina, Rhinfarn von Atre, Horm Ackersberg von Mächt. Horm Ackersberg von Mächt. Horm Ackersberg von Mächt. Donimir von Trojan. Gidebois Fresné im Dienste der Herzogen, Delvin von Gregiau, Graf Thay von Dörndal, Ansees Prinz von Lyrien und Rivien, Geralt von Riva. Einen Riesenapplaus für Gregor de Gorda. Der Stille zog letztes Jahr siegreich davon. Der Ritter, der heute sich qualifiziert, siegt erst, wenn er über Gregor triumphiert. Lasst euch am besten von einem gescheiten Baden durch all die Turnierregeln leiten. Du wagst es, dich in ein Turnier für Edelleute einzuschleichen? Es war meine Mutter Mewe, Königin von Lyrien und Rivien, die dich in den Retterstand erhoben hat und die du wenige Tage darauf so schmählich verraten hast. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Ehre. Und deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Augen. Wenn du fertig bist, geh beiseite, Prinz. Unsere Herren und Patronen, begrüßt das Turnier! Vivien, Schönheit betören der Zier! Seid von Herzen gegrüßt, werte Ritter. Möge mein Vorsitz euch leiten und den Pfad von Ehre, Tapferkeit und Ruhm weisen. Nimm meine guten Wünsche entgegen, Herr. Widme dein Können dem Turnier und nur dem Turnier. Ritter, nun ist es endlich soweit. Sitz also auf und mach dich bereit. Damen und Herren von edler Geburt, bald schon verfallen die Rappen in Spurt. Wie müssen sie rasen, um's zeitlich zu schaffen? Ja, das ist ein Schauspiel zum Raunen und Gappen. Seht, wie die Schute von Geralt dahin fliegt und seine Frisur sich adrett in den Wind schmiegt. Gut. Und los! Es stoddern die Hufe! Es stoddert Applaus! Nun wird es sich zeigen! Wer prescht wohl voraus? Okay. Ah. Meister Hexer, du suchst nicht zufällig einen Nährling? Nee, Nährling suche ich gerade nicht. Muss zusehen, dass ich die Ziele sehe und die Karte im Auge behalte. Okay. Ich hab die andere Popopo wahrscheinlich nicht richtig getroffen. Okay. Plätze verliert trotzdem immer mal wieder was. Okay. Na komm, Plätze. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. So. Oh. Ey, ich hab fast nicht gesehen. Okay. Na komm, weiter, 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 weiter. Na, tü tü. Boah, das war knapp. Ich weiß nicht, ob Monster Mamas haben. Na komm. Plätze, gib Gas. Okay. Und zack. Was? Schon wieder nicht getroffen? Auch nicht getroffen. Nein, ist das knapp. Kann er schnell genug sein? Die Spannung... So ist's gut. Was für ein Rennen. Ein großes Abenteuer. Feiern wir. Zünden wir helle Freudenfeuer. Zu Ehren der ruhmreichen Ritter, habt Acht. Feiern wir nun die ganze Nacht. Um die Teilnehmer zu ehren, wollen wir Folgendes verzehren. Die besten Speisen, die feinsten Beine. Wer noch lebendig, der holt sich das Seine. Gratulation, hier nimm deinen Preis. Einen Sattel mit deinem Wappen. Vielen Dank. Übrigens hat mein Kammermädchen gesehen, wie ein weißhaariger Mann aus meinem Zelt beschlichen kam. Du weißt nicht zufällig, wer das war. Keine Ahnung. Wie kindisch. Gratulation zum Sieg. Und was für ein Sieg das war. Ich bereue fast gar nicht mehr, dass ich nicht teilnehmen konnte. Darauf müssen wir trinken. Komm mit zum Fest. Wir warten zusammen auf Evienne. Geh du voraus. Und? Was hältst du von Vivienne? Sie ist umwerfend schön. Das meinte ich nicht. Es ist noch zu früh, um was Substantielles zu sagen. Eins weiß ich aber sicher. Sie verwendet mächtige Magie und Illusionen zur Maskierung. Willst du behaupten, dass sie in Wirklichkeit anders aussieht? Bislang rate ich nur. Ich habe ein paar Hinweise gefunden. Und mir stellt sich die Frage, ob deine geliebte Vivienne nicht eine Bruxa ist. Eine Bruxa? Du meinst eine Vampirin? Ich bin noch nicht sicher. Wir haben noch Zeit, bis Vivienne kommt. Trinken wir. Auf Vivienne. Mögest du einen Weg finden, ihr zu helfen. Auf Vivienne. Ach, als ich sie zum ersten Mal sah, verstand ich plötzlich, was die ganzen Gedichte und Balladen sollen. Liebe ist nicht nur Poesie. Manchmal ist sie Prosa. Und manchmal sogar richtig hässlich. Das sagst du nur, weil du Vivienne nicht so kennst wie ich. Ein Leben an ihrer Seite wäre der Himmel auf Erde. So gut kennst du sie doch auch nicht. Deine Anwesenheit bei diesem Turnier ist eine Beleidigung meiner Ehre. Ich bestehe auf Satisfaktion. Dann geh doch ins Bordell. Feigling. Berittener Kampf in der Arena. Ich fordere dich heraus. Da du darauf bestehst, ich bin ganz da. Du sollst noch bitter bereuen, dass du die Armee meiner Mutter einfach verlassen hast. Na gut. Berittener Kampf. Nur das Blut, das ich vergießen werde. die Schande deiner Feigheit abwaschen. Bringen wir es hinter uns. Schnell. Drei, zwei, eins. Ach, dieser Gestank. Na gut, komm. Das war jetzt nicht so gut getroffen. Gar nicht getroffen. Jetzt kommen wir mal her hier. Jetzt haben wir getroffen. Die Götter haben dich für deine Feigheit gestraft. Was? Bla, bla, bla. Du hast gewonnen. Fertig. Jetzt lass mich was klarstellen. Ich musste damals das Lager deiner Mutter verlassen, weil jemand anderes meine Hilfe brauchte. Und zwar dringend. Ich konnte und wollte diese Person nicht im Stich lassen. Pah, das heißt also, du bist zu einer Geheimmission aufgebrochen und hattest geschworen, sie niemandem zu offenbaren? So ähnlich, nur ohne Schwur. Und ich will die Einzelheiten der geheimen Mission immer noch nicht offenbaren. Kannst du das als Rechtfertigung akzeptieren? Du warst zum Zweikampf bereit und hast dich als wahrer Ritter bewiesen. Also nehme ich dein Wort als das eines Ehrenmannes. Das freut mich. So, jetzt habe ich zu tun. Wir haben jetzt verloren, weil wir rausgeritten sind, weil er rausgeritten ist. Unfair. Diese herrliche Feier von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz. Und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast. Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen auf euch wartet. Folge ihr! Wir treffen uns vor dem letzten Wettstreit in deinem Zelt. Du musst ihr helfen. Na gut. Dieser grauhaarige Typ, ewig auf der Suche nach Herren Vivienne. Sicherheitsgüro. Was haben wir denn hier? Blutmoos. Seltsam. Ich war sicher, dass ich sie hier finde. Verschwunden. Einfach weg. Und dann dieser Vogel. Ist sie eine Bruxa? Weggeflogen. Ich sollte hinterher gehen. Na gut. Offenbar führt mich der Vogel irgendwo hin. Aha. Na, wo will der Vogel denn hin? Da oben ist er. Natürlich haben wir hier jetzt noch einen Panther. Böser Panther. Natürlich kommt noch mal ein Wildschwein. Jetzt lasst mich doch mal alle in Ruhe hier. So, das nehme ich mal kurz mit. Der Vogel hat wenigstens gewartet. Er ist artig. Wo will der Vogel denn jetzt ganz hin? Nochmal ein Panther. Na komm. Ich lasse mir hier doch nicht als Geralt von Riva alles gefallen. Jetzt reicht's aber. Gut. Wer abhaut. Wie anders sind denn hier? Aber ich muss sagen, die neuen Schwerter machen sich schon gut bezahlt. Bis jetzt jedenfalls. Wo will der denn jetzt ganz mit uns hin? Nein, ich versuch. Oh, 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 oh. Das war knapp. Der Vogel ist über den Hügel geflogen. Vielleicht kann ich den Weg durch die Höhle abkürzen. Gut. Aber bevor wir jetzt in diese Höhle reingehen, machen wir hier an dieser Stelle einen klitzkleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.